ein unfassbares tor sie liegen vorne und das wäre natürlich der aufstieg richtig sie brauchen ja nur noch ein pünktchen also mit der führung ist das jetzt schon fast ein ruhekissen und hier noch mal die wiederholung des tores ein fantastischer freistoß direkt verwandelt ein klasse tor er verwandelt diesen freistoß direkt das tor sehen wir jetzt noch mal in der verlangsamung exzellent verwandelt dieser direkte freistoß da haben sie